So, moin moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ich war gerade ganz entspannt auf Twitch am Streamen, da wurde ich darauf hingewiesen, ey, die Black Lotus Spawn Rate. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben richtig gehört, die Black Lotus Spawn Rate wird verändert. Das heißt, wenn du gerade vor deinem Rechner hockst und ungefähr 10.000 Gold in Black Lotus investiert hast vor einer Woche, dann würde ich drüber nachdenken, die vielleicht heute noch zu verkaufen. Denn Blizzard hat irgendwie hier im amerikanischen Forum momentan noch, ich habe keinen deutschen Beitrag gesehen momentan, quasi eine Hotfix-Ankündigung quasi mehr oder weniger reingeschrieben, dass sie quasi die Spawn Rate vom Black Lotus verändern wollen. Und das werden wir uns heute mal anschauen. Ich werde euch die ganze Geschichte auch in der Videobeschreibung verlinken, dementsprechend könnt ihr euch das da auch nochmal anschauen. Ja, es ist auf jeden Fall ein Change und einer, der auf jeden Fall sehr starke Auswirkungen auf die Ökonomie vom Server haben wird. Ja, wir gucken uns die ganze Geschichte mal an. Und zwar erklärt Blizzard eigentlich hier im ersten Abschnitt, wie es mit dem Black Lotus immer so war in Vanilla. Dass quasi einfach ein sehr rares Material sein sollte, was quasi einfach sehr limitiert war. Und dass quasi immer nur einer davon in gewissen Gebieten quasi verfügbar war. So wie das ja auch jeder von euch wahrscheinlich von den aktuellen Servern kennt. Genau, und jetzt haben sie quasi sich überlegt, okay, sie haben einfach viel zu viele Spieler auf den verschiedensten Servern drauf. Und haben sich einfach gedacht, okay, wir ändern quasi die Spawn Rate vom Black Lotus, damit einfach die, ja, die Spieleranzahl, denke ich mal, quasi zu der Anzahl vom Black Lotus, die quasi verfügbar sein kann, kann in der offenen Welt halt einfach passt, würde ich mal vermuten. Und auch eine weitere Geschichte, die kommt, Leute, auch sehr interessant. Nicht nur, dass die Spawn Rate vom Black Lotus erhöht wird, sondern sie fügen quasi auch noch weitere Spawn Locations hinzu. Das bedeutet, es kommen unbekannte Orte, an denen jetzt der Black Lotus Sworn kann. Das finde ich persönlich auch sehr cool, weil es einfach auch bedeutet, dass die Spieler jetzt wieder selber herausfinden können, wo diese neuen Locations sind und man eben nicht alles schon auf dem Silbertablett die Locations vorher quasi serviert bekommt. Finde ich auch einfach beides eine, ja, coole Geschichte. Und deswegen ist halt einfach, ich habe das auch schon auf den Privatservern früher gemerkt, da haben sich auch die Privatserverbetreiber immer verschiedene Sachen ausgedacht, damit das mit dem Black Lotus quasi kein Problem darstellt. Ich erinnere zum Beispiel an Nostalrius, hat eine Dynamic Respawn Rate damals eingeführt. Das heißt immer, wenn jetzt quasi, also wenn wenig Leute auf dem Server drauf waren, dann gab es wenig davon und wenn quasi sehr viele Spieler drauf waren, dann sind quasi die Kräuter und so weiter noch schneller respawnt. Und genau, das heißt, wenn ihr quasi wirklich gerade sehr viel Gold in Black Lotus investiert habt, dann würde ich auf jeden Fall darüber nachdenken, die eventuell in den nächsten ein, zwei Tagen noch zu verkaufen. Wir haben aber gerade hier schon im Chat drüber geredet und ist anscheinend schon der Fall, dass sich das sehr relativ schnell rumgesprochen hat und die Leute quasi echt, ja, sehr, sehr schnell versuchen, die zu verkaufen. Genau, dann haben wir noch eine andere wichtige Sache, die haben sie hier nochmal beschrieben. Und zwar wird nicht nur die Respawn Rate erhöht von dem Schwarzen Lotus, sondern eben auch kann man die Blume quasi nicht mehr sehen auf der Minimap mit einem Level 1 Char, beziehungsweise auch nicht, wenn ihr tot seid. Also anscheinend, ja, das No-Lifing heutzutage hat ja keine Grenzen mehr irgendwie in der VW Classic, anscheinend haben sich wirklich sehr viele Leute Level 1 Chars irgendwie gemacht und haben die dann irgendwo hingestellt und haben damit quasi immer quasi die kompletten Lotus-Locations quasi abgescoutet mehr oder weniger. Und es war dann so normalen Leuten, die einfach rumgeritten sind und den Schritt halt farmen wollten, gar nicht mehr so wirklich möglich, das effektiv zu farmen und es hat einfach dazu geführt, dass quasi viele Leute auch sehr viel Black Lotus anhäufen konnten. Ja, die hat sich so eine Art Black Lotus-Mafia schon gebildet und es hat einfach dazu geführt, dass die Preise halt nochmal mehr angestiegen sind und ich weiß nicht, wie es bei euch auf dem Server war, aber bei uns auf Patchwork hatten wir bis zu 300 Gold zum Teil dafür im Aha und das ist natürlich einfach völlig krank und genau, das heißt, ihr braucht jetzt quasi Herbalism auf 300, was ihr wahrscheinlich mit eurem Level 1 Chars nicht haben werdet. Dementsprechend auf jeden Fall auch hier der Change an der Stelle. Genau, dann jetzt der zweite Teil von dem Hotfix war einfach, dass sie quasi in Warsongalch, also in der Kriegshymnenschlucht, noch ein paar Sachen ändern werden, weil sie einfach hier festgestellt haben, nach 100 Jahren, oh, da gibt es ja den ein oder anderen Exploit in dem BG, ja, die ein oder andere dämliche Geschichte, den ein oder anderen Ort, wo ein Druide mit der Flagge hinrennen kann und wo man 100.000 Sprünge machen muss und was eigentlich so nie vorgesehen war, was mir irgendwie auch schon vor 100 Jahren klar war. Auf jeden Fall hat Blizzard gesagt, ey, da haben wir auch keinen Bock mehr drauf und deswegen wollen sie hier irgendwelche Änderungen auch machen, damit man eben in der Kriegshymnenschlucht auch nicht mehr an diese Orte springen kann und sich die ganze Schlacht mehr auf dem wirklichen, eigentlichen Schlachtfeld stattfindet. Genau. So, wir sind jetzt bei 5,5 Minuten. Ich denke, ich werde es nicht schaffen, das Video auf 10 Minuten zu strecken. Deswegen gehen wir direkt ins Fazit rein an der Stelle. Denkt ihr, es ist ein guter Change? Denkt ihr, es ist ein schlechter Change? Ich würde jetzt vermutlich sagen, mein erstes Gefühl ist eigentlich, es ist ein guter Change, ja, natürlich die Leute, die jetzt sehr viel Black Lotus angehäuft haben, werden darüber nicht so erfreut sein. Es ist natürlich ganz klar ein Change an Classic an sich, es ist eine Spieländerung, aber das ist auch immer so das Ding, erstens hatten wir eh schon 100 Changes im Spiel und zweitens denke ich mir, wenn wir damals in den damaligen Vanilla-Servern 2.000 bis 3.000 Leute auf einem Server hatten ungefähr und heute haben wir ungefähr das Dreifache auf den meisten Servern, dann macht es für mich ehrlich gesagt nur Sinn, da auch die Spawnrate zu verändern, denn dann ist es eigentlich eher so wie damals, würde ich sagen. Also es ist eigentlich eher ein Change, der dazu führt, dass es sich so anfühlt, als ob es kein Change wäre, wenn ihr wisst, was ich meine. Und daher finde ich eigentlich, dass es eine gute Änderung ist und es wird auf jeden Fall dazu führen, dass dann auch mit AQ und den anderen Rates mehr Leute quasi sich eine Flask reinballern können und dementsprechend finde ich es eigentlich eine gute Geschichte. Und auch die Warsong-Änderungen finde ich gut, ja, ich bin jetzt generell kein Spieler, der gerne Schlachtfelder spielt, weil ich einfach sehr gerne World PvP mache, ich halte mich da eh nicht auf, so, von daher ist es mir eigentlich relativ latte. Aber wenn ich dann doch mal in einem Warsong drin war, fand ich es auch immer nervig, dass dann irgendwelche Druiden oder irgendwelche andere Leute mit der Flagge da irgendwo hochjumpen und keine Sau hinterherkommen. Von daher finde ich es eigentlich gut. Das sollte sich mehr auf dem normalen Schlachtfeld alles, ja, quasi alles ablaufen. Von daher finde ich auch das eine gute Änderung. Genau, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den Änderungen haltet. Und in dem Sinne würde ich sagen, ja, sehen wir uns im nächsten Video wieder, Leute, ich bin jetzt weiter live auf Twitch. Da bin ich übrigens dreimal die Woche, immer Sonntag, Dienstag und Donnerstag ab 19 Uhr. Könnt ihr auch gerne vorbei, checken hier nochmal der Link eingeblendet. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.